Geschätzte Jugendliche, herzlich willkommen hier im oberösterreichischen Landtag. Ich freue mich, euch heute einladen zu dürfen zu einer Veranstaltung, die, wie ich meine, für euch von großer Bedeutung ist. Nämlich zu sprechen, reden vor größerem Publikum. Eine Herausforderung, die man nicht hoch genug einschätzen kann. Das Thema, das euch gestellt wird, ist hochaktuell. 100 Jahre Frauenwahlrecht. Ein Recht, das vor 100 Jahren hier in Österreich als einer der ersten Länder in Europa realisiert wurde. Doch 100 Jahre Frauenrecht heißt noch lange nicht, dass alle Probleme beseitigt sind. Im Gegenteil, auch heute noch ist es notwendig, für die Rechte der Frauen zum Beispiel für gleicher Lohn, für gleiche Arbeit und viele andere Dinge zu kämpfen. Ich hoffe, dass euch hier interessante und wirksame Lösungen einfallen.